Tag, auch hier zu einer neuen Folge Let's Play Room 2 Total War. Ja, ne, ich bin immer noch eurer Silber und das ist immer noch eh bewusst, wer hat's gedacht? Letztes Mal haben wir hier ganz geistesabwesend, würde ich mal sagen, unsere Stadt hier verloren. Tapsus, dafür aber Lepkiss erobert. Yay. Und Katargo macht da hier so, wenn man vor sich so ein Astab und so und das findet es total toll und so. Ne. Und so. Und so. Und so und so. So. Jo, ne, wenn es eine Ehre ist, ist ja... Zeig mal. Ja, dann blockieren wir einfach. Hm. Was ist denn, löbische Peltas? Hm, kein tragischer Oblieb, ne, ist natürlich schon mal... Ne, ist auch mal ein bisschen wat. Blockade wird errichtet! Hm, haben wir hier ne Armee in der Nähe, außer den hier, ne. Er ist am besten, wenn ihr hierhin fahrt und dann Tapsus nachher angreift und hier die Flotte platt macht. Hier also erstmal hier, das sichert halt, damit wir hier nachher dann Garama erobern können. Ach, Komar, das gehört, den ist ja echt, den... Ähm... Nassamun. Und Kyrene auch. Gibt uns aber hier schlechte Arbeiten. Okay, die haben immerhin, die haben hier die beiden Städte erobert. Und Jerusalem und Petra. Hegra verloren. Schäme dich, Ägypten. Schäme dich. Ähm... Ne, ich könnte mir schon noch ne Armee gebrauchen. Oh, wir haben ja noch... Wir haben ja noch ganz viel Platz. Ganz viel Luft nach oben. Streitmacht aufstellen. Vermächtnis wiederherstellen. Nö. Nö, 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 nö. Zeig mal, anderer Kandidat. Molosser Kandidat. Andere Familie. Ähm... Okay. Ähm... Wir nehmen ihn hier. Stellen eine Armee mit ihm auf. Ähm... Ja, doch. So. Und dann... Stechen wir ihn. Sehr schön. Und dann rekrutieren wir mal Einheiten, ne? Was brauchen wir denn? Zwei Ballisten. Stehen... Oder... 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 Ja, stehen. Das Praktische ist nämlich... Ich meine jedenfalls, das ist super. Ähm... Verstehende Ballisten werden nämlich, wenn das eine Verstärkungsarmee wird, werden nämlich die Riesen-Ballisten, ähm... Direkt schon der Anfangsarmee hinzugefügt. Also die hat man dann quasi von Anfang an, die kommen nicht mit der Verstärkungsarmee erst. Das ist ganz praktisch. Es könnte natürlich sein, dass die in die Besatzung erst kommt. Egal. Ähm... Immer noch schneller als hier, diese Ballisten. Ähm... So. Das erforschen wir gerade. Genau, wir erforschen gerade hier das Söldnerlager, um nachher hier zur königlichen Kaserne zu kommen. Ähm... Das ist besser für Söldnerlager, okay. Wir brauchen Tarantina. Ähm... Ich will ja mal... Einen Tarantina noch mal mitnehmen hier. Toreros oder Obliten? Obliten sind zwar besser, Toreros haben den coolen Spieler, genau, den Pilerwurf. Ich meine jedenfalls, die müssen eigentlich die auch haben. Ähm... Hm... Wir brauchen einen Bogenschützen auf jeden Fall. So. Erstmal alles Geld aufzugeben. Ein bisschen schocken gegangen. So. Haben wir noch. Was haben wir noch so? Bach-Kiss. Äh, Bach-Bach-Bach-Bach-Bach-Bach. Irgendwas. Äh... Der ist schon ziemlich gut. und tat ach so die war mir muss doch mal ein wenig ja ein bisschen weniger neben so damit wir hier auch einen gewissen spielungsraum sitzen 63 prozent zeig mal 70 prozent 95 prozent dort ist doch sehr schön es war nur verwundet aber immerhin ist er zwei runden weg oder so gut du gehst hierhin du hierhin du drückst vor noch ein bisschen also gar nichts super dann rückst du kommst du bist doch dahinten nee du gehst nach hier genau sehr schön mal gucken was er hier oben hat eine schlotte ist uns egal und ein general weg mit den steuern das finden die nicht so cool tja sagen wir euch ich gebe euch lieber mal ja der geht in die andere armee hier hinten rein der geht hier rein ja sehr schön ach ja verdammt mit der wollte ich ja hier oben lang gehen genau super wenn jemand entkommt so wie haben wir noch die können befördert werden bestimmt hat er hier gerade das ist super ich glaube ich will doch den gauten den krieg erklären oder ich glaube ich will den gauten den krieg erklären ja ähm wo haben wir den gauten hier sind gauten hier die haben krieg mit dem skuten die mich nicht mögen wegen chimera und abkommen mit gauten die gauten mögen mich mehr oder weniger bastan auch so mehr oder weniger die mag mich nicht die skuten mögen mich nicht hm armenien aber auch recht ja relativ groß geworden hm ansonsten müsste ich hier runter gehen ihr gauten ihr seid willkommen doch meine vorfahren und mein volk erwarten dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht ähm ähm schützfüttnis ok nicht anders packt super zahlen ja schade gut dann machen wir es gleich nochmal runter das ist eine ständliche summe doch unsere herzen sind voller mut nicht goldgier goldgier ihr solltet mehr geld abgeben so gegen die skuten und dann wollten wir nicht anders packt jo sehr schön die goethe wird achso ich wollte schon sagen ich krieg mir den herr wiskern ähm ne die nur ich kassenweine verbinden ah ok die räter guter redler freund welcher eine ehre ihr uns erweist kommt hm hm sehr schön dieses abkommen ist wie ein naja ja ist mir egal wie das abkommen ist ich mir wumpe ich heiße euch willkommen würdiger redner ich höre euch zu weil euer volk als ehrenhaft bekannt ist jo so ungefähr ja komm 300 gold äh denare schade ich soll nicht mein klientelkönig tun werden schade aber wer mag mich denn ganz doll karthago euer ruf eilt euch voraus wie kann euch karthago behilfen schade geht nicht hm 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 achso das ist alphabetisch tja ich bräuchte ich bräuchte militärischen zugang bei den bastaren oder will ihn zu eben ich kann nicht handeln machen ihr ehrt uns wenn wir fertig gesprochen haben erwartet uns einmal groß genug für zwei armeen ok hm handelsabkommen ok schutzbündnis ne gut dann halt ein nicht anderes pakt ah die haben wir schon äh militärischen zugang genau das wollte ich das wird auch hinzu eben ok super 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 äh ähm mm mm dann halt kohle wir betteln nicht um gold wir wünschen nur den handel zwischen uns den handeln nämlich gerne oder hat man nicht gerade eben noch irgendwas äh nö sehr schön unser ach ähm stob stob steil stolipop hallo ihr kimmann ihr wollt doch sicherlich mit mir handeln ihr seid willkommen doch meine vorfahren und mein volk erwarten dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht sehr schön hm dann will ich noch kohle haben ah gut dann ohne kohle unsere ahnen würden in schande gebracht wenn wir auch nur eine eurer münzen annehmen sie waren stolz und euer eingepackt ach mensch das ist los aber ich bin diesmal in der flasche wasser daneben gestellt ah sehr schön so die frisuren hier die frisöse die wollen bestimmt angehen wollen mich nicht angreifen dann ist alles gut und mehr Geld geben jetzt sicherer Stoß trifft sein Ziel mir mehr Geld geben mir ganz viel Geld geben ganz viel na ok nicht so viel eines Kaufmanns mein Freund eines Kaufmanns wir wollen euer Gold nicht ich will euch auch gar kein Gold geben ich möchte euer Gold haben hier ihr habt doch aber voll cool hier ist für die Kuschelgruppe da oben die mögen nicht alle sprecht gerade heraus und kommt zur Sache dann ist alles gut der sichere Stoß trifft sein Ziel komm wir wollten militärisch bündnis halt nicht anderes Pakt militärisch Zugang wofür auch immer und Geld ok Geld wollen sie nicht warte wenn der Geld ohne militärischen Zugang ja super euer Eingebot ist ehrlich und mhm die mögen sich da oben alle die mögen sich untereinander ja und die mögen sich eh cool ich glaube es ist kein Krieg dann kann man sich mit den Leuten verbinden auch wenn die die nicht wirklich alles mit einem zu tun haben ähm so die so eben oh die Kimmann ist aber auch hier ein bisschen und die Marko Mann wollt ihr vielleicht mit dabei mit mir handeln gegrüßt mein Freund wir besprechen ab minus 25 kommen mit Ligurien mit Ligurien mit Ligurien mit Ligurien Naja mir egal die werden schon nicht angreifen ne so mit dem Marko Mann handel ich nicht ansonsten handel ich eigentlich so ziemlich mit jedem also mit dem Marko Mann jupi so hab ich ja gerne ach so mag mich nicht abkommen mit Ägyptern die haben mit den Ägyptern das hab ich auch noch nie erlebt ich schätze mal das ist das hier die äh Belmyra oder so sind auf jeden Fall sind hier ich meine jedenfalls dass da Belmyra sind die sind eigentlich immer mit Axiom im Clinch und Ägypten ich hab als Ägypten mich auf die Axiom Seite geworfen und hab dann die Belmyra platt gemacht hm okay tscho ähm so das war's halt auch eigentlich mit Diplomatie wir können nicht die ganze Folge in der Diplomatie an sich rumhängen so mit wem haben wir jetzt Krieg mit wir haben jetzt Krieg mit äh ne mit dem haben wir Krieg wir sollten eigentlich mal wieder in unser Territorium gehen um ähm Leute uns ähm achso ich dachte schon ähm um uns ach wie heißt es äh ach genau wieder aufzufrischen die Einheiten plus 30 gefunden pro Runde ja super immer her damit wir haben aber noch keine Silber Leute zu euren Diensten schneller als Hermes gibt es nichts weiteres nö nö eigentlich nicht mit weiteren Befehle ich könnte noch mehr ich könnte noch mehr zu den Sküten die werden platt machen die Chimera mögen mich gebe Athena euch Weisheit damit ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt seid willkommen hm nö das sind mir dann nicht wert sag mal wer mag mich denn und ich hab keinen mädchen die Masse Sylia sind mir zu klein die Räte zu klein die soeben die sind groß seid gegrüßt mein Freund ich habe gutes Bier bestellt um eure Kehle zu lockern und ha reife Frauen um andere Körperteile zu lockern ok hm schade 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 ne ich hab keine Lust 6000 für irgend so einen kleinen Stadtstaater zu zahlen also müsst ihr warten tja worin investieren wir denn sieht's aus mit unseren ganzen Städten mhm da fehlt noch das Ding da das wollte ich nicht machen genau ja das wollte ich nicht machen das brauche ich nicht unbedingt mhm hier oben äh was wollte ich hier machen äh ich glaub ich wollte ihn abreißen hier kommt ähm ein Handelshafen hin und hier plus 25 ja könnte auch noch hier noch so ne so ne so ne Kuh aushalten hier können wir auch ausbauen ok ach haben wir gar kein Geld mehr ähm wo ist das denn drauf gegangen 1500 achso ja der Hafen kostet was ähm jo das war's dann für die Runde ach wir haben oh Mist fuk was hat man davon wenn man nicht die Liste durchgeht und bei so groß wenn man hat so ein großes Reich ist es wirklich wichtig dass man die Liste durchgeht ägypten macht eine offensiv sehr mal was richtig dolles ach ja ist eh egal diese lokalen sind eh platt dann brauche ich meine flotte nachher in Kyrene ansonsten Makomadis hat glaube ich einen Hafen meine Ahnen haben Loben von euch gesprochen also bieten wir euch ein hm ok von mir aus wenn ihr wollt Aha ich wollte schon fragen er bewegt seine Armee noch nicht umsonst hier hin zeige ich hier mal Speerkämpfer äh Speerleute Schwertkämpfer hier mal ein paar Speer äh Stammeskrieger uh ein Skorpion Skutari Speerkämpfer ich glaube die sind was besser Wetterhaden Schildkrieger Och ich zieh mich einfach mal zurück Rückzug Männer Rückzug soll er mir hinterher laufen Ob er dafür traut er sich ja nicht mal Fui Fui der ist tot dann bring ich dich um hm 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 Schade eigentlich ums Geld hm ok ja aha hau ab ich glaube schippern da durch die Gegend achso aus dem Donau haben die da ja flotte Armee Dings her gezogen ok oh Pantei Kaipion oder Dingsbums hat es gerade eben noch den Khmean hat es gerade eben noch den Seleukiden äh Sküten Ach wäre jetzt nicht ich schätze mal dass die Ägypter wenn sie sich wenn sie sich nicht allzu dämlich anstellen sollten sie eigentlich einfach nur mit der Masse die Kyren überrennen ich weiß jetzt nicht was in der Garnison da ist aber sollten eigentlich schon es schaffen zeig ich mal ja wann ist denn so alles passiert verwundet ähm motivierte Bevölkerung sehr schön Kriegerklärt Getula den Elitani super Neukatau den Arawaki sehr schön Baubericht guck ich nachher Eigenschaften Wursstand durch Abenteuer so hab ich keine Ahnung was ist was dieses Abenteuer soll keine Ahnung aufgebrachte Bevölkerung in Afrika Quartiermeisterbericht Bündnis ja ja da geht ja gleich wieder alles hoch wo Einheiten werden dann hier verstärkt das wird gemacht das wird gemacht das wird gemacht immer weiter mal gucken es stehen hier Umwuche Rebellen rum nö Ägypten und Pergamon cool Verborgene Agent entdeckt Rang erhöht Adeliger so jetzt wollen wir mal die ist wirklich durcharbeiten ah ja der hier meine Worte stehen in eurem Dienst äh Moral für Einheiten nö Chance auf kritischen Erfolg ähm Minus 10% Steuersatz Joa Korruption keine Ahnung was was für eine Aktion dafür man dafür durchführen muss ich schätze mal wir sind 24% wir sind überall 24% na hier nicht hm in Athen krieg ich keine Steuern ich bin auch 2000 Denar hab ich mir da aus den Lappen durch die Lappen gehen lassen muss ich gleich nochmal gucken mhm ok so 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 viel zum Aufnahmeschild juhu zeig mal wie sieht's denn hier aus an Tat 85% und 25% sind die Kurve ja komm ne das ist ja verarschen ne Gott ich erwarte eure Befehle hat man meinen großen Helden noch erwischt meinen guten jungs was sollen die von uns halten in Bewegung wir werden diese Siege freinehmen der hat irgendwas abgezogen ja der hat sich die Sachen kannst du das lalala 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 also dann tschüssi tschüssi tschüssi